Die Kamera läuft, super. Hallo Niklas. Hallo Volker. Du hast dich nicht nur jetzt im Heft, sondern auch schon im letzten Jahr mit dem Thema Livestreaming-Recht befasst. Genauer hast du dich darum kümmern müssen, dass wir zu einem TV-Sender oder einem Spartensender geworden sind. Und da wollten wir mal mit dir darüber sprechen. Wie kam das dazu? Wir sind jetzt offiziell Rundfunkanbieter. Wir haben eine Rundfunklizenz, die mussten wir beantragen, weil wir das Format Heise-Show betreiben. Seit Anfang letzten Jahres, Januar, haben wir damit gestartet. Immer donnerstags ab 12 Uhr eine Stunde Live-Talk mit einem wechselnden Moderatoren-Team, bestehend hier aus den Redakteuren und wechselnden Gästen. Und da haben wir ganz pflichtbewusst bei der Landesmedienstadt angefragt, also die niedersächsische, die hier für uns zuständig ist. Rundfunkrecht ist ja reguliert. Wir haben angefragt, ob wir eine Rundfunklizenz für das Format benötigen. Und die Antwort war relativ eindeutig, ja, brauchen wir. Und das hatte dann einen ziemlich großen bürokratischen Aufwand mit sich zur Folge, den wir dann bestreiten mussten. Das heißt, also eigentlich, ich fürchte ja, ich bin mit dran schuld. Zumindest wird mir das dein Kollege Jörg Heidrich wieder aufs Brot schmieren. Tatsächlich hatte ich mal für einen Artikel recherchiert, wie ist das, Live-Streaming. Und es war immer unklar. Wir haben ganz viele Meldungen auch bei Heise Online gehabt. Da ging es immer darum, darf man jetzt live streamen oder nicht? Und YouTube hat das nämlich zum Beispiel immer blockiert eine ganze Zeit lang. Und dann plötzlich ging es. Und wir fragten uns mal nach Hunder, wie ist denn das jetzt? Und wir würden gerne übrigens ein Live-Streaming-Format machen. Probieren wir mal. Aber fragen wir vorsichtshalber nach, wer weiß. Heise steht ja auch immer dann so ein bisschen mit an der Front und kriegt direkt einen übergebraten, während andere es möglicherweise seit Jahren machen. Wir hatten damals auch geguckt. Es waren nicht sehr viele, sage ich mal, jenseits von klassischen TV-Anbietern und Teleshopping-Kanälen und Ähnlichem, die da Rundfunklizenzen hatten. Ich glaube, Rocket Beans TV hatte eine zum Beispiel als einer der Internetsender, aber ansonsten ganz wenig. Und da dachte ich auch, da frage ich naiv. Und dann sagen die natürlich ja, obwohl keinem klar ist, warum er sie eigentlich braucht. Und was sind denn die Voraussetzungen tatsächlich, die man jetzt mitbringen muss? Also was Rundfunk ist, das ist im Rundfunkstaatsvertrag definiert. Das ist so eine total antiquierte Vorschrift. Da ist noch von Übertragung mit elektromagnetischen Wellen die Rede. Letztlich kann man das an gewissen Kriterien festmachen. Es muss linear sein. Das heißt, es muss zum gleichzeitigen Empfang der Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Entweder live oder der Zeitpunkt, ab dem es gesendet wird, muss festgelegt sein. Dann muss es natürlich öffentlich zugänglich sein. Es muss redaktionell ausgestaltet sein. Also wenn ich es jetzt für familiäre oder persönliche Zwecke nur betreibe, dann brauche ich keine Lizenz. Und was ein Ausschlussthema ist zum Beispiel, wenn ich die Zugriffszahl auf unter 500 Nutzer beschränke, dann brauche ich auch keine Lizenz. Das kam für uns natürlich nicht in Frage. Wir wollen ja ein breites Publikum ansprechen. Klar, unsere Inhalte sind redaktionell ausgestaltet. Und uns kam es auch darauf an, das live zu senden, weil wir mit den Zuschauern interagieren wollten über Facebook, Twitter und Co. Wir haben ja ein ähnliches Format, CT Uplink. Das ist on demand, also auf Abruf verfügbar. Für on demand Formate braucht man auch keine Rundfunklizenz. Oder wenn man es jetzt nur als Podcast, also Audio ausgestrahlt hätte, das muss man zwar anzeigen dann bei den Medienanstalten, aber man braucht keine Lizenz dafür. Das heißt, wenn wir live Radio machen wollten, dann wären wir um die Sache drum herum gekommen, bis auf diese Anzeige. Und ansonsten wären wir auch drum herum gekommen, wenn wir gesagt hätten, es wäre gar kein redaktionelles Angebot. Das wäre jetzt für uns schwierig, aber es trifft vielleicht für viele andere zu, die auf die Idee kommen, live zu streamen. Und vielleicht trotzdem sagen, oh okay, ich habe zwar einen Zeitplan, ich mache das jede Woche, aber wann wäre es denn schon redaktionell, sobald ich mich vor die Kamera setze und erzähle, was ich vorhabe zu machen oder wenn ich live spiele? Es gibt ja ganz viele Let's Player, die live streamen. Also wenn ich live spiele und das nur mitschneide, würde ich jetzt sagen, das ist nicht redaktionell. Wenn ich jetzt aber dazu kommentiere, das sind halt so Graustufen, da sind die Grenzen fließend. Also ich würde an der Stelle immer empfehlen, vorsichtshalber mal nachfragen bei der zuständigen Medienanstalt. Was du aber eben gerade noch gesagt hast, was ein gutes Stichwort war, mit dem Sendeplan. Und es muss ein wiederkehrendes Angebot sein. Also wenn ich jetzt einmalig eine Sendung ausstrahle, ist das in der Regel davon ausgenommen, von der Rundfunklizenz. Weil du gerade gesagt hast, ein einmaliges Ereignis. Jetzt ist immer die Frage, ist einmalig was, dass tatsächlich nur ein einziges Mal vorkommt oder ist einmalig so eine Art Event? Also zum Beispiel, wir machen die Heiser Show auf Messen, das wäre dann ja was, das wäre zeitlich begrenzt. Und da ist immer die Frage, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Und dann gab es ja jetzt letztens dieses wunderbare Beispiel mit der Handball-WM, wo die Deutsche Kreditbank dann plötzlich Probleme kriegte, die wir total gut nachvollziehen konnten, weswegen es dazu kommen könnte. Ja, also die Deutsche Kreditbank, die hatte sich die Rechte an der Übertragung der Handball-WM gesichert und wollte das nun live im Internet übertragen und hat aber völlig außer Acht gelassen, dass man im Zweifel dafür halt eine Lizenz gebraucht hätte. Die Medienanstalt hat das in dem Fall auch bejaht, hätten sie haben müssen, hat aber beide Augen zugedrückt. Hintergrund war, diese Spiele wurden natürlich nicht nur einfach so übertragen, sondern da war natürlich auch ein Kommentar drauf gelegt. Und spätestens dann ist es halt auch redaktionell ausgestaltet und dann hätte man eine entsprechende Lizenz benötigt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das heißt, wer jetzt live schon streamt oder sich überlegt, live zu streamen, muss sich halt ein paar Dinge im Vorfeld überlegen, wie er an so einer Lizenz vorbeikommt. Was auch noch eine gute Möglichkeit ist, Pay-Per-View. Also wenn ich Geld dafür nehme, also für den Abruf mich bezahlen lasse, dann brauche ich auch keine Lizenz. Kam für uns natürlich auch nicht in Frage. Nee, wäre jetzt für das Format komisch gewesen, aber klar, das könnte natürlich für diverse Leute interessant sein. Allerdings, wenn man sich erstmal bekannt machen will, ist natürlich Pay-Per-View auch erstmal schwierig. Das heißt, wenn ich mich drumherum drücken will, muss ich halt auf jeden Fall die Zahl der Nutzer beschränken. Auf 500, die parallel zugucken können. Genau, gleichzeitig. Das ist ja gar nicht mal so wenig erstmal. Das klingt erstmal so wenig, weil die Leute natürlich immer an Abrufzahlen im Nachhinein denken. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, wie viele Leute ich parallel erreichen kann mit dem Angebot und zwar live. Also was danach passiert, ist ja quasi dann wieder jenseits von der Landesmedienanstaltung. Man kann es dann auch im Nachhinein ja als On-Demand-Angebot dann noch in der Mediathek oder irgendwo hinterlegen. Das ist kein Problem. Das ist von dieser Regulierung dann nicht erfasst. Aber diese lineare Übertragung schon. Und wenn ich halt dann drin bin in der Lizenzpflichtigkeit, dann kommt halt eine Menge Arbeit auf einen zu. Du hast es schon gesagt, wir mussten im Prinzip einen kompletten Unternehmens-Striptease hier hinlegen. Also die wollen wirklich alles wissen. Die wollen erstmal wissen, die Geschäftsführer, haben hier eine weiße Weste. Wir mussten polizeiliche Führungszeugnisse von den beiden hier einreichen. Dann haben wir ja die Besonderheit, wir sind hier von der Familie geführt, die Familie Heise. Die musste dann auch offenlegen, wie sind denn da die Familienverhältnisse? Wer hat denn welche Anteile am Unternehmen? Hat das Unternehmen Beteiligung an anderen Unternehmen? Handelsregisterauszüge, den Gesellschaftsvertrag? Das mussten wir alles offenlegen. Und diverse Erklärungen abgeben, sich dazu verpflichten, Jugendschutz einzuhalten, irgendwelche Medienstandards zu Werbung. Gewisse Kriterien müssen erfüllt werden. Dann braucht man eine Person, die sich dafür inhaltlich auch verantwortlich zeichnet. Das ist dann unser Chefredakteur erfreulicherweise, der sonst auch schon immer den Kopf hinhält. Und einen Jugendschutzbeauftragten haben wir benötigt. Das war noch so ein bisschen tricky, weil eigentlich ist das der Jörg Heidrich hier bei uns, unser Justiziar. Aber da hat die Landesmedienanstalt aber gesagt, nee, das ist ein Interessenskonflikt, das geht nicht. Der ist hier als Unternehmensjurist tätig und kann für den Jugendmedienschutz nicht gleichzeitig der Jugendschutzbeauftragte sein. Hat sich Gott sei Dank noch wer anders gefunden. Aber das wäre zum Beispiel etwas gewesen, woran es auch schon hätte scheitern können. Das heißt, es ist gar nicht mal so einfach, wenn man in sowas reinhaut. Gut, wenn ich eine Einzelperson bin, dann muss ich wahrscheinlich eh alles in Personalunion machen. Es sei denn, dass sich die Landesmedienanstalten dann doch beknien lassen. Ich glaube, da sind auch Änderungen geplant, was diese Internet-Livestreams angeht. Aber so wirklich ist da meines Wissens noch nichts in Bewegung gekommen. Also es gibt einen Entwurf zur Änderung einer entsprechenden Richtlinie. Ja, da gibt es einige Änderungen, was zum Beispiel die Werbung betrifft. Es wird jetzt nicht mehr so stark begrenzt. Produktplacement wird möglich sein. Solche Geschichten. Aber das ist noch nicht alles ganz ausgegoren. Aber im Prinzip hat das noch der Oettinger zu verantworten gehabt. Das spricht, glaube ich, für sich. Ja, das kommentiere ich mal nicht an der Stelle. Das heißt, es ist nicht so leicht, live im Internet zu streamen, solange ich mich an eine Menschenmenge von mehr als 500 Leuten gleichzeitig richte. Alle Leute, die tatsächlich planen, das zu machen, sollten vielleicht mal den Artikel lesen. Das ist auch ganz, ganz witzig an manchen Stellen, wie viel Arbeit man da reinstecken musste, damit das Ganze dann nachher offiziell auch machbar war. Es ist noch ein Fachartikel geworden, aber mit einem Hang zur Glosse. Also durchaus ironisch. Genau. Das heißt, ja, wer live streamen will, sollte sich nach diesem Interview auf jeden Fall auch mal den Artikel dazu durchlesen. In der CT 5 2017. Und ich danke dir an der Stelle. Sehr gerne.